Im Grunde ist das eine lächerliche Veranstaltung da drüben. Dieser da vorne, übrigens auch der, der ist das männliche Pendant eines typischen SJWs. Auch ein bisschen fett, bin ich auch, das macht ja jetzt nichts, aber mehr so nach allen Seiten hin, Specki, kurze Hose, schäbige, zerlaufene Tuchschuhe und natürlich dann diese Frisur in grün, gelb und blau. Grün, gelb, blau irgendwie. Und dann so ein unvorteilhafter Islamistenbart, so ein Fusselbart da am Kinn. Den Fusselkinnbart einmal ganz oben hier so. Wie heißt das? Das soll man denn davon halten? Das soll man solche Leute ernst nehmen? Der schachelt die anderen da immer wieder an. Der fängt immer wieder an mit irgendwelchen Rassistenpakt zum Beispiel. Da ist er wieder, ja. Das ist eine Sekte, wirklich. Das ist Kommunismus, was die anstreben. Das ist sozialistische Scheiße. Das ist so cool.